Herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead Survival Instinct. Wir sind stehen geblieben hier im Supermarkt oder so und müssen Batterien suchen für den einen Typen und zwar für was weiß ich jetzt nicht und überall sind Zombies. Das ist natürlich nicht gut und wir müssen uns ruhig verhalten. Nicht dass dann zu viele plötzlich auf uns zurennen. Ich hoffe meine Grafikkarte macht jetzt auch nicht so große Faxen mehr. Ich musste schon letztes Mal die Grafik nehmen und nicht runterschrauben. Trotzdem sieht sie noch echt gut aus muss ich sagen für das Spiel. Hammer geil. So wir gehen hier langsam entlang. Er meinte irgendjemand verschanzt sich auch hier noch im Teil da. Wir gehen da mal kurz rein. Wir nehmen mal hier schon das hier zur Auswahl. So 1, 2, 3 sind da drin. Dort auf der Straße stehen noch welche. Wir gehen mal hier. Wir müssen irgendwie vornherein. Ich hoffe die Zombies bemerken uns nicht. Hey. Psst. Hey. Over here man. Inside the station. Yo. Something you want? Huh? I ain't standing out here playing bait all day. You got a car? You need gas right? I can get you gas. I'm warrant. Daryl. It's a truck. What happened here? The Eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held them off okay until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, the same. He and dad went out to see who was left. I don't think they're coming back. But Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the jenny. I use my codes to turn on the pumps and we get out of here. Win-win. Psst. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? Psst. Yeah, we got a deal. Psst. Oh, 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 oh Nicht gut Am besten würde ich mir den Zombie hier von hinten ran holen So, wir müssen jetzt Da in den Wald Aber der Helm macht faxen Vielleicht können wir den hier so ran holen Ja, oder wir nehmen den uns von hinten vor Zack, und in sein Auge Da liegt er auch gleich und ist tot Und wir gehen am besten gleich zum nächsten hin Genau zu dir. Bleib schön so stehen. Bleib schön so stehen. Und dich haben wir auch. Zack, in seinen Kopf. So, am besten wir gehen hier langsam kriechend entlang. Weil wir müssen noch den alten Onkel Lester finden. So, du bekommst auch noch was im Kopf. Special heute. Lecker, schmecker. So, wir gucken erstmal hier links. Kann ja sein. So, dort ist ein Zombie. Wir nehmen uns erstmal dich vor. No, du... Nein! Ah, geh weg. Geh weg. Nochmal. So, jetzt gehen wir hier zu dem hier. Packen den auch noch von hinten und ran. Den auch noch was im Sinn. Ich glaube, ich muss dafür stehen, oder was? So, jetzt. Alter, sieht so hässlich aus. Hat dir jemand das schon mal gesagt? Die sehen irgendwie nicht so kontaktfreudig aus. Aua. So. Nicht, Alter. Fühlst du mich gerade verarschen? So, wir frotzen am besten jetzt hier, was? Oh, Mann. Ich brauche das. Oh, zum Glück haben wir das alles hier. Oh, Mann. Ich brauche das. Das können wir einfach so reinschieben in uns. Das ist gut. Das ist natürlich... Das ist natürlich sehr gut, oder? So. Na los, komm her. Oh, jetzt hat mich dein Kumpel wegen dir auch noch gemerkt. Nein. Okay, das mit den Techniken, das lernen wir noch. Irgendwann mal. So, mal gucken, ob wir in den Abfluss kriechen können. Glaube ich nicht. Ne, können wir nicht. Okay, dann gehen wir mal hier oben entlang. Oh, der hat uns auch schon bemerkt. So, aber der bekommt ihn direkt aufs Maul. Du auch. So. Zwei Probleme weniger. Sieht auch ganz gut aus eigentlich, ne? Also bis jetzt ist noch gar nicht so schlimm. Ich schätze nicht, dass es hier noch Überlebende gibt. Aber naja, okay. Na, man weiß nie. Oh, jetzt hatten wir gerade einen Masterlag. Kann man die Gegend und die Sachen eigentlich auch werfen? Das wäre es ja, wenn man die noch werfen kann. Aber das wäre dann schon so Dead Island Style ein wenig. Ich schleiche mich mal hier ans Auto. Benzin für ihr Fahrzeug besorgen. Meinst du, dass eine gute Idee ist, zu Schienen? Ich glaube, das Auto hat noch Alarm an. Ich glaube, ich will ja erstmal die Zombies hier erledigen. So. Ey. Ich war unten. Nein. Treffen. Okay, das mit den Zielen, das lernen wir nochmal. So. In deinen Kopf rein. Wenigstens hatten wir dich nochmal schön erledigt. Der hier steht sich ja nochmal auf. Oder auch nicht. Der ist sogar schon eingefroren. Ist aus Metall oder so. Da hinten. Achso, sind nur mehr Zombies nur. Und. Okay, das wollte ich eigentlich... Ah. Hm. Das hat sicher wehgetan. Was ist denn mit euch hier los? Ach, ihr seid eingesperrt. Na dann, ist ja in Ordnung. Was mir auch auffällt, dass er automatisch zielt. Was mir im Ersten auch gefällt, aber im Anderen auch irgendwie nicht so. So, nimm mal mein liebes Messer jetzt. Oder ne, den Hammer, den Hammer, den Hammer, den Hammer. So. Und jetzt dich von hinten hier zack in seinen Kopf rein. Lecker, lecker, lecker. Sowas mag ich. Sowas hab ich gern. Alter, ich dachte schon, dass die ausgebrochen sind. So, jetzt gehen wir erst mal wieder. Wir müssen ja... Na los, rennen. Mein Kumpel. Das kannst du hoffentlich noch. Genau, hier wollten wir jetzt rein. Das Auto hat Alarm. Ja, ich hoffe nicht, dass das irgendwie angeht oder so. Kann hier noch einer von euch aufstehen? Also, die haben sich eigentlich ganz gut hier verschanzt, aber... Irgendwie hat das doch nicht so geklappt, wie die wollten. Ich hoffe, du hast noch den Jenny-Key auf dir, Lass. Wer bist du jetzt? Ich glaube, du bist der Onkel, wa? Das war ein... Ich hab mich nicht... Telefon noch grad eben gehört. Das ist es. Big thanks. Was, 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 was? Was, 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 was? Was, 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 warum verfolgen die mich jetzt? Warum sind hier plötzlich so viele? Aua, aua, aua. Hä? Muss ich das verstehen? Muss ich jetzt wirklich vor den Weg rennen? Ich hoffe... Renn doch. Renn. Renn, bitte, 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 bitte. Hä, müssen wir jetzt wirklich wegrennen? Das ist jetzt die beste Variante. Ich weiß es nicht. Aber die Zombies, die können ja auch nicht unendlich weit rennen. Haben wir sie abgehängt? Wir haben sie abgehängt. Wir haben sie echt abgehängt. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind gut. Hey, du hast es geschafft? Ja. Ja, gut, gut. Öffne die Ginny-Kage. Haben mein Vater und mein Ute Lester hinter dir? Habe die Pumps auf, okay, Warren? Oh. Okay. Es ist alles bereit. Öffne die Ginny-Kage und schaue die Primer. Okay, wo ist dein Auto? Hm. Power's out. Generator-Käfig, Generator-Käfig. Wo soll'n der sein? Ich seh nur hier so'n kleinen Irgendwas hier. Hä? Ich versteh gar nichts. Ich versteh nur, Barno. Hallo. Hallo. Ich glaube, der versteht kein Englisch oder Deutsch oder sonst was. Wie soll ich jetzt hier den Strom anschalten? Das geht ja gar nicht. Das ist nur ein Anhänger. Ja, dann gehen wir mal zur Bullerei rein, Alter. Wenn der nicht will, dann gehen wir mal hier rein. So, ich hoffe, die Bullen haben mir noch ein paar Waffen übrig gelassen hier. Hoffe ich mal. Also Zombies haben die mir auf jeden Fall übrig gelassen, habe ich schon eingesehen. Da drin. Aus einem Automaten kann man sich nix klauen. Okay. Ja, wir müssen über die Theke spucken. Alter, die fliegen. Die nerven, ja. Wie frisst der da gerade? Glas? Na, spring doch da rein. Kommst du hier wenigstens rüber oder so? Auch nicht. Toll. Naja, okay. Ah. Hab ich voll vergessen? Man kann ja dem roten Pfeil folgen. Der rote Pfeil, der zeigt uns an, dass wir hierher kommen sollen. Okay, zeigt er mir an, dass ich... Ah. Schrei doch nicht, Mann. Ja, merke ich schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenn es ihn kann, ist er auffüllen. Okay. Dann zieh ihn für hier. Dich krieg ich noch. Was? Zielen sie auf den Kopf des Weißers, drücken sie. Linke Mausfrau, den Weißer mit einem Schlag herlegen. Bevor sie hier in den Weißer gepackt werden, können sie ihn wegschossen. Ah. Aua, aua. Lauf, bitte, mein Freund. Lauf, bitte, 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 bitte. Mach jetzt keine Faxen. Mach jetzt keine Faxen. Bitte lauf jetzt einfach nur. Mach Tür zu. Ich glaube, er hat sie noch geschafft, sie zu machen, aber ich weiß es nicht. Ei. Ei, warum? Los, rein in seinen Kopf damit. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Zum Glück gibt es hier genug Türen, die man noch zumachen kann. Lauf, bitte, bitte, bitte. Warum seid ihr wieder hier? Lauf, geh zurück hier. Und was du denkst, was ich tun, Jess? Lauf. Warum kannst du nicht rennen? Es hat den verdammten Rumpf. Oh. Oh, Glück. Mein Herz, Leute. Mein Herz, es rast. Oha, Leute, man. Krass. Wenn sie Gebiet verlassen, haben sie vielleicht neue Überlebende oder Fahrzeuge gefunden oder mehr Vorräte gesammelt, als sie tragen können. Aber wir konnten jetzt leider die Batterien nicht besorgen für den einen Typen. Hm, schade. Ja, wir könnten den Bullen dann... Ja, scheiße. Egal. Zustand 75. Verstohlen. Bevorzugte Schlagwaffen. Schwach. Toll. Zurücklassen nicht möglich. Hart. Hm, hm, hm. Okay, Fahrzeug haben wir ja immer noch hier. Den Truck, den Zweisitzer. Weiter zur Karte. Wollen sie wirklich fortfahren? Fortfahren. Ei. Warte mal kurz. Ich wollte nur mal hier nachgucken. So. Nacht. Tagezeit Nacht. Sheriff John E.D. Hielt in Pemberton die Ordnung noch länger aufrecht, als sie den nahegelegenen Gemeinden bereits zusammengebrochenen war. Flüchtlinge suchten in den Hotels der Stadt Zuflucht und zogen mehr Beißer an. Der Smoky Mountain Campingplatz bot den bevölkerungssicheren Städten in den Pemberton County Zuflucht. Und die Ranger- und Feuerwehrstationen versprechen erhöhte Sicherheit und Schutz. Wir fahren erst mal da hin. Aber der Part wird zwar kurz, aber er speichert genau in dem Moment jetzt ab. Und ich müsste jetzt... Naja, okay, wir wählen erst mal das Ziel noch. Hier. Joa, wir nehmen mal... Hauptstraße. Wir nehmen mal die Hauptstraße. Ja, mal gucken, was uns dort... Ja, 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 wie sagt man das? Was uns dort erwartet. Genau, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Ich hoffe, wir finden dort auch ein paar gute Dinge. Und nicht nur schlechter. So, die Straße von Ihnen wird durch eine verlassenes Fahrzeug blockiert. Eine Herde nähert sich schnell. Ah, jetzt können wir aussuchen. Einen anderen Weg nehmen, oder... Ah... Wir räumen es mal beiseite, oder? Wie... Hm. Ne, wir fahren weiter. Ist sicherer, finde ich. Da habe ich etwas zu dolle Angst anzuhalten. Um ehrlich zu sein. Weil eine... Die Straße... Fahrzeugblock hier. Zeig mal jetzt. Ja, okay. Jetzt können wir mal betreten. Jetzt ist es in Ordnung. So, jetzt gucken wir erst mal, was wir hier nochmal auswählen können. Hammer. Eisenrohr behalten wir. Jagdmesser behalten wir auch. Sportgetränk behalten wir. Hier, Treibstoff können wir reinpacken. Na, pack mal rein. Achso, übertragen muss man ja immer machen. Aber vergesse ich immer wieder. So, und dann können wir auch weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ui. Aber wir haben Munition. Die ich aber nicht benutzen will. Okay. So. So. Eins down. Zwei. Drei. Und vier. Vier mal bekommst du aufs Maul. Was lebt dann noch? Okay, dort sind dann doch relativ viele von denen. Wenn wir die Straße ändern, nee, war... Jetzt ist die Frage, wie wir das meistern. So. Am besten so ruhig, wie es geht. Sehr gut. Also wir können uns hier an der Seite so vorbeischleißen. Uh. Wir können den trotzdem erledigen. Scheiße, Mann. Was haben wir hier? Okay, wartet, Leute. Oh, sein Kollege hat uns gesehen. Okay, sein Kollege ist aber doch relativ blöd. Er konnte uns nichts antun. Aua, 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 aua. Wir schieben das Auto erstmal beiseite. Dann kann es uns angreifen. So, dann nehmen wir hier noch unser Benzin. Das wollte ich eigentlich nicht. Du sollst nicht zu weit weggehen. Ja, ja, ist in Ordnung. So, und nochmal aufs Maul. Und nochmal. Ist eher schön. Das war doch ganz gut geschafft. Und jetzt, jetzt machen wir so eine Aktion hier. No, Forest, lauf! Das wird nicht unser Tod sein. Das wird nicht unser Tod sein. Komm schon. Ey, ich hasse es, wenn er nicht rennen will. Kommst du so schnell aus der Puste? Oh, jetzt habe ich zu oft diese Taste ge... Möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nein! Ich will weiter spielen. Rein da... Ach, wir haben es geschafft. Okay, Leute. Hier machen wir erstmal... Uh. Hier machen wir erstmal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!